So, da wären wir. Ähm, und möchtest du jetzt noch auf den Schlummi mit reinkommen? Ich weiss nicht recht. Keine Angst, ich beisse nicht. Nicht sofort. Also gut. War ein schöner Abend, oder? Ja, ich finde auch. Vielleicht wird er ja noch schöner. Geht's wieder? Ja. Komm her. Ich habe gesagt, ich beisse nicht. Ist gut, komm her. Wow! Nicht schlecht, oder? Hammer! Fantastisch! Ja, lecker sieht das knackig aus. So ein schöner Tisch. Und die Stühle? Magst du etwas Süsses? Fantastisch! Oder etwas Spritziges? Ist egal. Und schau mal an das Sofa. Fantastisch! Mach's doch nur bequem. Fühl dich wie zuhause. Herrlich! Nicht zu weich, nicht zu hart. Fantastisch! Und wo ist dein Schlafzimmer? Ähm, am Ende vom Gang. Aber wieso meinst du... Ähm, am Ende vom Gang. Hm, okay. Wow! Das ist ja noch besser. Fantastisch! Aber ähm, was machst du jetzt da? Ich teste dein Bett. Vielleicht kaufen wir auch eins. Fantastisch! Ah, okay. Brauchst du Hilfe? Oder kann ich dir was zeigen? Nein, nein, ist schon gut. Komm mal gut allein zurecht. Die Matratze ist so bequem. Fantastisch! Hey, hast du den Schrank gesehen? Da hast du einen schönen Platz. Fantastisch! Hallo? Patricia? Wo bist du? Fantastisch! Fantastisch! Hallo? Uau!